Viele kennen das neue Gebäude neben der Paulinerkirche, jedoch kennt kaum jemand dessen geschichtsträchtige Wandlung. Die Galerie des neuen Augusteums, die sogenannte Kustuti, beschäftigt sich mit dem Hauptgebäude der Universität im Spiegel der Zeiten. Damit will sie ein Bewusstsein für die Architektur des Neubaus schaffen. Professor Gerald Wiemers, ehemaliger Leiter des Universitätsarchivs, spricht über die Funktionen des Augusteums. Das Augusteum ist im Grunde genommen das Zentrum der Universität Leipzig. Und es in der Form, wie es gesprengt worden ist, 1968, Mitte der 30er Jahre entstanden. Eine Funktion in dem Sinne hat es nicht. Es gehörte zur Universität und zwar zu den Geisteswissenschaften. Und im Grunde genommen waren dort die Geisteswissenschaften mit ihren Hörsälen zu Hause. Dort war die Literaturwissenschaft zu Hause, dort war die Anglistik und Amerikanistik zu Hause und die Sächsische Akademie. Das war praktisch das Symbolbild für die Universität Leipzig. Damit konnte man sich identifizieren, wenn man hier Student war. Auch Professor Pahl, Vorsitzender der Baukommission des Neubaus, sieht das Augusteum als ein wichtiges Wahrzeichen der Universität. Das war das Gesicht der Universität. Das war der zentrale Ort mit Aula, Foyer, Wandelhalle und in dem Sinne eigentlich das Hauptgebäude des zentralen Campus. Der Grundriss des Augusteums wurde durch die Grundmauern des Paulina-Kollegs geprägt. Dieses ging 1543 in den Besitz der Universität über und wurde somit für die Lehre geöffnet. Im Zuge der räumlichen Erweiterung wurde um 1830 nach den Plänen von Albert Goethebrück, ein deutscher Architekt des Klassizismus und dem Fassadenentwurf Karl Friedrich Schinkels, das Augusteum in seiner ersten Version erbaut. Damit entstand ein Universitätshauptgebäude mit zweigeschössiger Aula, Auditorien, Bibliotheken und Versammlungsräumen. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte eine erneute Umgestaltung des Gebäudes. Der Architekt Arvid Rosbach formte zwischen 1892 und 1897 das Augusteum zu einem repräsentativen Universitätsgebäude um. Er passte das Augusteum im Stile der Nähe-Renaissance an die anderen Bauwerke des Augustusplatzes an. Damit war das architektonische Erscheinungsbild der Universität festgeschrieben, welches die äußere Wahrnehmung der Universität bis nach dem Zweiten Weltkrieg prägte. Und dieser hinterließ auch einige Sporen am Augusteum. Ein fundamentaler Einschnitt in die Geschichte des Augusteums war das Jahr 1968. Auf Anordnung der DDR-Führung wurde am 30. Mai 1968 neben der völlig intakten Paulinerkirche auch das Augusteum abgerissen und bis auf die Fundamentebene abgetragen. Anschließend wurde ein der sozialistischen Architektur entsprechender Neubaukomplex errichtet. Mit der Wende wurde auch eine Erneuerung des Universitätscampus angestrebt. Grundlage bildeten die Rückübertragung der Grundstücke an die Universität und der zunehmend architektonische Verfall der Gebäude selbst. Und in dem Zuge hat man entschieden, dass dieser Zentralbereich neu bebaut werden sollte. Und da hat man die Initiative ergriffen und hat gesagt, Mensch, wir haben ja noch die geretteten Kunstwerke. Lasst uns doch wieder an die alte Aula und an die alte Universitätskirche erinnern und diese Dinge zusammenbringen mit einem Neubau, der eine Erinnerungsfunktion hat, an das ehemalige verlorengegangene Gesicht der Universität und diese wunderbaren Räumlichkeiten, die ja nicht mehr da sind. Somit wurde im August 2001 ein Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Universitätskomplexes am Augustusplatz ausgeschrieben. Dieser sah ein Campus mit gemeinschaftlicher Nutzung von kommerziellen, wissenschaftlichen und studentischen Bereichen vor. Außerdem plante die Baukommission ein Institutsgebäude, eine Aula sowie die Integration eines neuen Hauptgebäudes. Erik van Eckerath, ein niederländischer Architekt, bekam den Zuschlag für diese Umsetzung. So begannen 2005 die Bauarbeiten des Neubaus. 2011 wurde das neue Augusteum mit großem Hörsaal und Foyer in Betrieb genommen. Damit bekam die Universität abermals ein architektonisches Gesicht gen Augustusplatz. Das Gebäude zeigt das Volumen oder auch die Haltung zum Augustusplatz in dem kraftvollen Auftritt schon die Qualität der Historie, aber es macht immer deutlich, ich bin ein Neubau. Hier ist etwas geschehen, denkt drüber nach. Das Gebäude zeigt das Volumen oder Foyer in Betrieb, aber es macht immer deutlich, ich bin ein Neubau.